Leute, jetzt mal einmal ein ganz schnelles Video, denn ich möchte nur kurz einmal ansprechen, dass wahrscheinlich bis Juni tatsächlich von mir keine Videos erstmal mehr kommen werden, ja. Weil ich habe halt einfach nicht mehr Speicherplatz auf meinem Handy und das Video mache ich jetzt auch einmal schnell in Short, weil es geht sonst einfach nicht. Also, es tut mir leid, wenn bis dahin kein Video von mir kommt. Ich werde mich dafür zwar selber hassen, aber ich kann es leider auch nicht ändern. Und dann, so, das ist halt das Blöde daran, dass, ja, halt keine Videos von mir erstmal mehr kommen können. Und, ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es tut mir leid, okay? Auf jeden Fall, ähm, ja. Und, ja, ich muss halt bis dahin warten und bis dahin wird auch kein Pferde-Video oder so kommen. Also, ihr müsst leider erstmal Geduld haben und ein bisschen warten. Ich kann leider bis dahin nichts aufnehmen. Bye, bye.